namaste leute herzlich willkommen mit dabei habe ich hikaru und wir gucken uns ein indisches lied an was heute rausgekommen ist und zwar von dem berühmten sänger guru randawa zu ihm haben wir schon so einige reactions gemacht auf meinem kanal kannst du gerne abchecken macht gute lieder viele bekannte lieder stammen von ihm und ja sein neues lied heißt mehen die wale art art ich habe schon auf instagram gesehen es soll schon an die soldaten gehen also eigentlich für die soldaten da bin ich gespannt wie das lied ist ich habe gesehen ist sogar in indien auf platz 1 in trends sollten jetzt mal abchecken würde ich sagen vielleicht ist so schön so ein bisschen militärisch ja ja also gestern raus und 12 million klips nicht schlecht okay dann starten wir doch mal direkt wie es Ich kann das nicht beobachten. Was ist das? Gaonjana! Oh, ohne Grund! GURUK! Beide auf, du gehst auf eine Mission. Ist das klar? Ja, Sir! Ach nein, sie heiratet. Eine Hochzeit? Vielleicht heiratet seine Liebe oder so und er ist auf eine Mission. Oder ist das deine Hochzeit? Kann es sein? Ich weiß nicht. Rajivir Wetsan, also Santanas ist eine Meter hoch, Rajivir? Werden wir schon sehen im Aufwärtsvideo. Boah, aber sehr schön geschmückt. Achso, sie denkt an ihn gerade. Love Story. Es ist ja viel so, die Leute, die im Krieg sind, müssen ihre Geliebten zurücklassen. Oh, jetzt hab ich Bock auf Mais bekommen. So viele Maiskolben. Gibt mir alles, ich liebe Mais. Krass. Hübsches Mädchen, richtig cute. Passen echt gut zusammen. Oh, ich würd einfach eiskalt reinschubsen ins Wasser. Aber rein. Oh, ich glaub schon, er schmeißt es. Oh. Jetzt stellt er sich schon vor, dass die auch da ist. Krass. Krass. So mit Henna. Oh. Oh. Schöne Stimme, ey. Oh, schönes Kleid. Oh. Ich hab irgendwie sein Gefühl. Ja, ich glaub auch, dass er stirbt. Es gibt keinen Happy End, glaub ich. Oh, ja. Oh, ja, das ist so. Das ist so schön. Wie ist das? warte aber er lebt doch oder also wenn er erst heraus ist die mission also erlebt noch aber jetzt ist jetzt weg solche last doch ist es war nur zum teil happy end das überlebt hat ja ich dachte er stirbt oder so das war traurig gewesen aber er lebt ja ach krass schönes lied ruhiges lief viel volles lied hatte was ne also hatte ich was interessante story auch dahinter war schön ja gut falls ihr noch nicht mein ranking zu indischer musik geguckt habt hier anschauen und falls sie unseren guru welches noch nicht angeschaut hat auch anschauen dann sage ich auch dankeschön fürs zuschauen hat das video gefallen like abonnieren nicht vergessen und ja dann bis zum nächsten video